Ferry Porsche war ein Träumer. Er kam auf Dinge, die andere sich nicht mal vorstellen konnten. Als er den Sportwagen seiner Träume nicht fand, baute er ihn einfach selbst. Große Träume beflügeln Menschen zu großartigen Taten. Sie bauen Sportwagen oder verändern ganze Leben. Und wenn auch Sie groß wie Ferry träumen, dann fragen Sie sich, was ist Ihr Sportwagen?